Ich starrte ihn an. Er sah aus wie ein Racheengel. Sein Atem ging schnell. Er blickte auf den Kerl hinab, den er gerade mit unglaublichem Hass in den Augen zusammengeschlagen hatte. Dann hob er den Kopf und sah mich an. In der Sekunde, als unsere Blicke sich trafen, vergaß ich, wie man atmete. Die Welt um mich herum schien mit einem Mal stillzustehen. Ich sah nur noch ihn und diese Augen, in die ich oft stundenlang geblickt hatte und die ich so gut kannte. Das satte Schokoladenbraun, in dem ich jeden einzelnen Fleck wiedererkannte, hatte mich vor all den Jahren angezogen und mein Herz schmelzen lassen. Sein Haar war zerzaust, lockte sich um seine Ohren und im Nacken. Er hatte Stoppeln am Kinn. Auf seiner Wange und an seinem Hals sah ich langsam verblassende, blaue Flecken. Eine etwa sieben Zentimeter lange Narbe zog sich knapp über der Augenbraue über seine Stirn. Ein weiteres Exemplar für seine ausgedehnte Sammlung. Selbst nach all der Zeit und all den Schmerzen, die er mir zugefügt hatte, wollte ich den Arm ausstrecken und mit den Fingerspitzen die Narbe berühren, sie sanft nachzeichnen und ihn fragen, wie das passiert sei. Doch der Mann, der hier in seinem weißen Hemd und der schwarzen Anzughose vor mir stand und von dessen Fingerknöcheln das Blut eines anderen auf den Hartholzfußboden troff, war nicht der Junge, den ich einst kennengelernt hatte. Irgendetwas hatte ihn verändert, hatte ihn härter gemacht, hatte ihn zerstört. Seine Haltung war achtunggebietend, aggressiv, sogar wütend. Ein bewusstloser Mensch lag zu seinen Füßen, zusammengeschlagen, doch ich konnte keinerlei Reue auf Jamies Gesicht erkennen. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Komm da runter, sofort, stieß er hervor. Ich versuchte trotz des Kloßes in meinem Hals zu schlucken. Mein Körper war wie betäubt und ich versuchte zu begreifen, was hier überhaupt los war. Er war da. Ich stand dem Jungen gegenüber, wegen dem ich mich monatelang in den Schlaf geweint hatte. Ihn so unerwartet zu sehen, ließ all die Emotionen von damals wieder zurückkehren. Ich wurde wieder in das Meer von Schmerzen geworfen, aus dem ich mich so mühsam befreit hatte. Der Mann hier vor mir war der Grund, aus dem ich nicht nach Hause zurückgekehrt war. Ich hatte diese Begegnung vermeiden wollen, hatte ihm nie wieder in die Augen blicken wollen. Denn mir war klar gewesen, dass ich anschließend erst wieder die Kraft finden müsste, ohne ihn zu sein. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das ein zweites Mal ertragen würde. Tränen schossen mir in die Augen, als die Erinnerungen an uns und an die schönen Zeiten mich wie ein Schlag ins Gesicht trafen. Ich hatte diesen Jungen bedingungslos geliebt. Und er hatte all das wegen eines einzigen dummen Fehlers einfach weggeworfen. Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Erli, komm da runter, ja? Verdammt nochmal, kannst du einfach tun, was ich dir sage? Doch als ich ihn nun so ansah, veränderten sich meine Gefühle plötzlich. Der Schock, ihn so unerwartet wiederzusehen, verwandelte sich in Wut. Er hat gerade einen Kerl krankenhausreif geschlagen, obwohl ich die Situation sehr gut im Griff hatte. Und jetzt besitzt er die Dreistigkeit, über mich bestimmt zu wollen? Und das nach allem, was er mir angetan hat? Ich ballte die Hände zu Fäusten und machte den Mund auf, um ihm einige der Dinge an den Kopf zu werfen, die ich ihm an jenem Tag am Telefon hätte sagen sollen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, machte er einen Schritt nach vorn, griff nach mir und zog mich mühelos zu sich heran. Und im nächsten Moment hing ich über seiner Schulter. Erschrocken kreischte ich auf. Sofort rauschte mir das Blut in den Ohren. Alles, was ich noch sehen konnte, waren Schuhe und der verletzte Mann, der auf dem Boden lag. Die Beine, auf die ich sah, wichen zurück, als Jamie sich nun umdrehte und sich mit mir über der Schulter durch die Menge schob. Wut machte sich in mir breit. Ich war so aufgebracht, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Lass mich sofort runter, Arschloch! schrie ich, trat um mich und schlug mit den Fäusten auf seinen Rücken ein. Lass mich in Ruhe! Jamie, lass mich augenblicklich runter! Ich kniff ihm in die Seite und trat noch immer wie ein Pferd aus, um mich zu befreien. Na gut, beruhige dich endlich! Er ging in die Knie und ließ mich los, als meine Füße den Boden berührten. Ich umfasste seine Schultern und stützte mich auf sie, um mich aufzurichten. Seine Hände lagen noch immer auf meinen Hüften und hielten mich fest, als auch er sich aufrichtete. Dann sah er mich mit ernster, harter Miene und funkensprühenden Augen an. Er ist sauer. Richtig sauer, dachte ich. Ich straffte die Schultern, schob seine Hände von mir und machte einen Schritt zurück, um etwas Distanz zwischen uns zu schaffen. Ich war ebenfalls sauer. Was ist bloß los? Erst fängst du wie ein Krimineller mitten in einem Club eine Schlägerei an und dann besitzt du auch noch die Frechheit, mich anzufassen? Du hast kein Recht dazu. Meine Worte kamen mir schroffer über die Lippen, als ich es beabsichtigt hatte. Ali. Er zog die Augenbrauen zusammen, um sich zu konzentrieren. Als ich hörte, wie sanft er meinen Namen aussprach, geriet mein Herz ins Stocken. Ich hätte niemals geglaubt, diesen Jungen noch einmal meinen Namen sagen zu hören. Obwohl ich es nicht wollte, flatterten beim Klang seiner Stimme unzählige Schmetterlinge in meinem Bauch herum. Er hatte verdammt nochmal nicht das Recht, solche Gefühle in mir auszulösen. Und mein Körper, dieser Verräter, sollte das gefälligst genauso sehen. Drei Jahre lang kein Wort. Und dann kommst du an und glaubst, mich packen und durch die Gegend tragen zu dürfen? Du darfst nicht so tun, als hättest du mir nicht das Herz gebrochen. Als ich das letzte Wort aussprach, war es nicht mehr als ein Flüstern. Hinter Jamie konnte ich Stacey entdecken, die vom Podium kletterte und zu uns kam. Ich machte auf dem Absatz kehrt und suchte mit dem Blick nach dem Ausgang. Ich wusste, dass Stacey mir folgen würde. Gerade wollte ich Richtung Tür laufen, da umschloss seine Hand mein Handgelenk und er zog mich zurück. Mein Körper prallte gegen seinen. Ich keuchte und schaute Jamie an. Seine Augen glühten. Er hielt noch immer mein Handgelenk fest, während er mit der anderen Hand meine Wange berührte. Er vergob die Finger in meinem Haar. Seine Wärme durchströmte mich, als seine Lippen sanft über meinen Mund strichen. Der Kuss dauerte nur einen winzigen Moment. Er ließ mein Handgelenk los und fuhr mit der Hand zu meiner Hüfte. Ich hätte gehen können, wenn ich gewollt hätte, doch ich tat es nicht. Mein Körper machte, was er wollte. Mein Atem ging flach und schnell, als ich mich nun an den muskulösen Jungen vor mir schmiegte. Alles war vergessen. Der Schmerz, der Kummer, die Tränen, der Club, die Leute, die uns beobachteten. All das nahm ich nicht mehr wahr. Als seine Lippen zum zweiten Mal ganz sacht über meinen Mund strichen, schloss ich die Augen und erwiderte seinen Kuss. Ich genoss die wundervollen Gefühle, die ein einfacher Kuss von ihm in mir auslösen konnte. Mit der Hand glitt er zu meinem Rücken und hielt mich fest an sich gedrückt. Eine Welle des Verlangens und der Verzweiflung traf mich mit voller Wucht und ich griff den Stoff seines Hemds und klammerte mich daran fest, während wir uns immer heftiger küssten. Als ich in mir Verlangen ausbreitete, wurde mir bewusst, dass ich seit Jamie nicht mehr so intensiv geküsst hatte. Toby hatte nie so heftige Gefühle in mir ausgelöst. Und als mir in diesem Moment sein Name durch den Kopf schoss, war alles vorbei. Toby, mein Verlobter. Der Mann, der mir einen Job und einen Grund gegeben hatte, in England zu bleiben, als ich unter keinen Umständen nach Hause hatte zurückkehren wollen. Der Mann, durch den mein gebrochenes Herz wieder geheilt war. Der Mann, der mich zum Lachen gebracht hatte, obwohl ich nur Düsternis gesehen hatte. Der süße, liebenswerte, zuverlässige Toby, der das hier nicht verdient hatte. Die Leidenschaft war von einer Sekunde auf die andere verpufft und wurde nun durch eine flammende Wut ersetzt, die so hell brannte, dass ich es körperlich spüren konnte. Jetzt.